Die Frage lautet heute, geht man lieber ohne oder mit Freunden feiern? Mit. Mit? Ja. Sagst du jetzt, ist das nur, weil die Kamera da ist oder würdest du sagen, auch wenn die Kamera weg wäre? Auch wenn die Kamera weg wäre, weil, ganz ehrlich, wenn man feiern, dass man getrunken hat, hat man halt Lust. Wenn man einen Freunden hat, ist es halt einfacher, jemanden zu finden, mit dem man halt interagieren kann. Ja, deswegen mit Freunden auf jeden Fall. Okay, wenn der Freund jetzt so toxisch ist und nicht mitgeht, ist ja eine Sache, aber wenn der halt locker ist und mitgeht, kann man das auf jeden Fall machen.